Mitte Juli besuchte Christian Jung die BASF in Ludwigshafen. Das Chemieunternehmen entwickelt zurzeit seine Logistikprozesse weiter und leistet mit offenen Patenten im Containerbau Pionierarbeit. Mit sogenannten Automatically Guided Vehicles, kurz AVGs, sollen zukünftig Güter im Werk transportiert werden. Mit diesen autonomen Transportfahrzeugen könnte man auf zusätzliche Bahngleisanschlüsse verzichten und trotzdem massiv Schienengüterkapazitäten auch im Einzelwagenverkehr ausbauen.